Das ist schön hier, ne Liebchen? Designhotel ohne Parvata. Kalli! Noch einmal hier zu mir schauen, die anderen zu mir hier. Noch einmal zu mir, Kalli, Kalli hier, Kalli. Noch einmal zu mir, Kalli. Schön zu sehen, Kalli. Vielen Dank, wie verdünftet. Herr Hoteldirektor, Scherz und Klin Hoteldirektor. Das ist doch genial. Das feste kommt ja noch. Wollen Sie hier noch mal zusammen festen? Oh, nochmal bitte. Bitte. Heute die offizielle Eröffnung gemeinsam mit Ihnen, verehrte Gäste. Noch noch in Paris stehen könnte, das ist ganz offensichtlich, aber dass es hier im Bund steht, das ist eine ganz besondere Freude für alle Bürgerinnen und Bürger hier aus dieser ganzen Region im Rheinland. Eines der schönsten Hotels im Rheinland, hier zu Hause bei uns. Ganz herzlichen Dank für eine so wichtige Entscheidung. Das ist ein großes Investment, was hier stattgefunden hat. Und ein herzliches Dankeschön an die Frauen und Männer, die den Mut dazu hatten, auch hier so etwas Wichtiges für unsere Region zu tun. Herzlichen Dank für unser aller Name, wie ihr heute hier gestern seid. 5, 4, 3, 2, 1. Lachen und herzlichen Dank. Applaus Das war's. Das war's.